Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung. Das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter. Ich halte sie auf. Eine sehr große Hilfe. Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter. Ich halte sie auf. Ich will dich gar nicht drängeln, aber sie kommen. Und anscheinend ist ein Feuer ausgebrochen. Ich hab es fast. Komm schon, komm schon. Ich hab es. Los, schnell. Sie haben Alarm geschlagen. Wir kommen hier nicht weg. Hey, weißt du, wo wir hin müssen? Nicht nachdenken. Lauf! Eine Sackgasse und wir sind erledigt. Wir müssen uns verstecken. Nein, wir müssen sie irgendwie aufhalten. Wird das... wird das reichen? Es muss. Also gut. Wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Roderick, ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten. Bitte! Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben. Und ich sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Oh, wow. Noch eine Bibliothek. Unter der Bibliothek? Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinara hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einwand hat. Sieh mal. Da oben. Rosen. Das muss es sein. Ich muss da hoch. Roderick? Ist recht. Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Perfekt. Ja. Na, wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Also gut. Bringen wir es hinter uns. Nein, halt. Ist recht. Gut so. Fast geschafft. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Ich hab's. Ich kann's einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Ich kenne dich. Und warten, dass die Makula den Blut deines Bruders erwacht. Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Nein. Wir haben keine Chance. Kleine Neren. Was willst du denn mit dem Buch erreichen? Meinen Bruder retten. Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Ach ja. Schnell. Hier entlang. Wachen. Wachen. Wir können schneen. Doch eurem Blut entkommt ihr nicht. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Bereit? Das wird die Hölle. Und wie ich bereit bin. Schnell aus diesen Korridoren raus. Wie recht du hast. Lass uns die Anderen suchen. Wo zum Teufel sind sie? Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe. Ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. Wie konnten wir nur so sehr die Konten... Schwere Rüstung. Wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Auf dein Zeichen. Machst du das, Rudrik? Das ist für meinen Vater. Wow. Äh. Machst du das oft? Nein. Aber langsam macht mir das Spaß. Gut, das reicht. Ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie vorankommen. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Dieses Geräusch. Was war das? Erledige ihn. Du wirst bezahlen. Nein, gar nichts. Gut gemacht. Ich habe mich wohl etwas gehen lassen. Lukas. Er sieht manchmal schlecht. Vielleicht können die hier helfen. Ich habe mich gut gemacht. Ich hasse es, hier rumzustehen und nichts zu tun. Zwei. Jeder übernimmt einen in Ordnung. Ich nehm den mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des richtigen Moments. Auf dein Zeichen. Der ist für dich. Du bist erledigt. Perfekt. Schön. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Bitte sag, dass sie nach draußen führt. Sie führt nach draußen. Oh, frische Luft. Ich rieche. Feuer. Oh, scheiße. Meine Güte. Feuer. Haben wir... Feuer breitet sich aus. Ist der große Gesichter noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach. Und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten. Das hat mir gerade noch gefehlt. Die Ratten. Der Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Rudrik. Warte. Bei der Befragung in der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Ein Versuch ist es wert. Auf das Feuer zielen. Das hat funktioniert. Das ändert alles. Vor allem für sie. Amicia, seine Fackel. Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Scheiße. Du brennst. Du brennst. Nein. Nein. Alles in Ordnung? Ist noch irgendwer da drin? Ja. Ich dachte, ich schaffe es. Das ist die Hörnel da drin. Wo bleibt nur unsere Verstärkung? Was zum Teufel treiben die bloß? Zwei Wachen. Wir müssen einen von ihnen aus dem Weg schaffen. Was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Ich bin nur ein Geräusch. Was war das für ein Geräusch? Was soll der Lärm? Die Wache. Verlass dich auf mich. Einer weniger. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Müssen wir wirklich da rein? Ja, Tiefluft holen. Gehen wir. Ah, es ist jetzt schon so heiß. Das ist die Hölle. Oh, was? Was sollen wir tun? Mir nach und pass auf dein Buchraum. Kümmer dich nicht um sie. Oh Gott. Hilfe, ich brauche Hilfe. Komm schon, komm schon. Fresse mich, überhaupt. Rauschen! Rauschen! Dahinter brennt es. Bleib zurück! Was tut du da? Öffne sie! Friedrich, geht's dir gut? Ja! Auf! Wir sind fast da! Scheiße! Dach links! Komm, hier lang! Und bei uns ich zum Schwigen. Ich bin drügens, da. Geh. Wir sind fast da. Untertitelung des ZDF, 2020